Freunden von exklusiven Schmuckstücken ist die Seilergasse 2 in Innsbruck bestens bekannt. Denn dort befindet sich die Goldschmiede Pichler Pichler, eine wahrlich famose Meisterwerkstatt. In der Goldschmiede finden Sie sagenhafte Eigenkreationen, die den Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft zugeordnet sind. Bei der Auswahl werden Sie bestimmt fündig. Zudem werden gerne Umarbeitungen vorgenommen, damit Ihnen Ihr Schmuck wieder gefällt. Auch Spezialanfertigungen sind möglich, ganz nach Ihren Ideen. Nach ausführlicher Beratung zeichnen die beiden Goldschmiede Andrea und Robert Pichler die Entwürfe, um danach an die Fertigung des von Ihnen erdachten Kleinodes zu gehen. Dabei legt das Team so viel Kreativität und ein so geschicktes Händchen an den Tag, dass sie garantiert restlos begeistert sein werden. Pichler Pichler Goldschmieder – traumhafte Schmuckstücke, bei denen man die Leidenschaft, mit der sie gefertigt wurden, spürt und sieht. Poppfer Pichler Goldschmiede